Das rotbraune Ochsenauge, gelegentlich auch als rostbraunes Ochsenauge, braungerendertes Ochsenauge oder gelbes Ochsenauge bezeichnet, ist ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter, Merkmale. Falter Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 34 bis 42 mm. Männliche und weibliche Falter unterscheiden sich deutlich in ihrer Färbung, was auch als Sexualdimorphismus bezeichnet wird. Die Männchen haben eine rotbraune Grundfarbung. Auf den Vorderflügeln ist vom Innenrand ausgehend ein dunkler Duftschuppenfleck zu erkennen. Nahe der Flügelspitze befinden sich zwei ineinander fließende, weißzentrierte, schwarze Augenflecker. Die Weibchen haben eine etwas hellere Grundfarbung, die von rotbraun über gelbbraun bis zu ocherfarbig variieren kann. Ihnen fehlt der dunkle Duftschuppenfleck und die Augenflecke sind etwas kleiner als bei den Männchen. Beide Geschlechter zeigen auf den Vorder- und Hinterflügel breite braune Randzonen. Die Unterseiten sind bei männlichen und weiblichen Faltern ähnlich gefärbt. Während die Unterseite der Vorderflügel großflächig hellrotbraun getönt ist und die Augenflecke der Vorderseite durchscheinen, zeigt die Unterseite der Hinterflügel eine leicht marmorierte, überwiegend graubraune Färbung mit einer gelblichen oder weißlichen Binde in der Postdiskalregion. Punkt, 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 Raupe Die Raupen sind bräunlich oder grünlich gefärbt. Sie haben eine dunkle Rückenlinie, helle Seitenlinien, einen gelblichen Streifen oberhalb der Füße und sind am ganzen Körper leicht behaart. Ähnliche Arten In Südeuropa, Nordafrika und Kleinasien kommt das südliche Ochsenauge vor. Das sich von Tithonus durch den schwächer ausgebildeten Duftschuppenfleck bei den Männchen und eine insgesamt etwas blassere Färbung bei den Weibchen unterscheidet. Vorkommen Das rot-braune Ochsenauge kommt von der eberischen Halbinsel durch Westeuropa bis zu den britischen Inseln vor. Im Süden ist es in Mittelitalien sowie in Korsika und Sardinien zu finden. Weitere Verbreitungsgebiete sind die Länder der nördlichen Balkanregion bis zum Kaukasus. Außerdem ist die Art in Marokko anzutreffen. Die Tiere bevorzugen Waldränder, Waldwege und Lichtungen, erscheinen aber auch auf Wiesen sowie in Gärten. Lebensweise Die Falter fliegen in einer Generation von Anfang Juni bis Anfang September. Sie besuchen zur Nektaraufnahme eine Vielzahl von Blüten, zu denen Ackerkratzdistel, späte Goldrute, gewöhnlicher Dost, breitblättriger Thymian und Faulbaum gehören. Die Weibchen werfen die Eier entweder über grasreicher Vegetation ab oder heften sie an Stängel. Futterpflanzen der Raupen sind verschiedene Gräser, wie beispielsweise gewöhnlicher Rotschwingel, deutsches Weidegras oder rotes Straußgras. Die Raupen findet man ab September und nach der Überwinterung bis in den Mai. Die Verpuppung erfolgt in einer Stürzpuppe. Gefährdung Das Rot-Braun-Ochsenauge ist vielen Regionen Deutschlands in unterschiedlicher Häufigkeit anzutreffen und wird auf der Roten Liste gefährdeter Arten in Kategorie 3 eingestuft. Das Rot-Braun-OchsenGold ist vielen Regionen ausgelöst und wird auf der Roten Liste gefährdeter Arten in der Kategorie 4 eingestuft. Der Rot-Braun-Ochsenauge ist ganz gut.